Willkommen beim Salaris Handshake 2023. Hier trifft sich die HR-Branche mit der IT-Branche und ich führe als Moderatorin durch zwei spannende Tage. Der Salaris Handshake richtet sich an alle IT-Entscheider, HR-Entscheider, die digitalisieren wollen, die mit uns vielleicht den Weg gehen wollen, auch ins Outsourcing. Das ist wirklich eine sehr gute Veranstaltung, um nochmal den Praxisaustausch zu bekommen, mit Kollegen zu fachsimpeln und einfach die neuesten Trends kennenzulernen. Es ist ein rundes Programm. Es guckt von allen Seiten auf das gleiche Thema drauf und macht es einfach hinterher auch Themen zu finden, sich mit den Kollegen auszutauschen. Ich fand es total spannend zu sehen, was sind so die Lessons learned aus dem Projekt. Ich fand es wichtig, dass wir tatsächlich so einen Empfehlungsaustausch mit anderen Unternehmen auch gehen können. A und O ist, bring die Leute zusammen, lasst sie offen diskutieren, lasst sie sich austauschen. Dafür ist die Plattform da. Wir sind eher die Hosts. Wir als SAP sind auch hier an Bord, weil es einfach auch wichtig ist, dass wir die Nähe zu unseren Kunden haben, dass wir verstehen, welche Herausforderungen sie haben. Wir leben das, was wir tun. Wir lieben das, was wir tun. Und wenn wir das transportieren können, wenn wir das unseren Kunden und unseren Partnern vermitteln können, dann ist es natürlich etwas ganz Besonderes für uns und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Ja, die Stimmung war top. Super Leute, super interessante Gespräche, einfach total aufgeschlossene, neugierige Menschen. Ich fand es super. Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder eingeladen bin. Tschüss. 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 Vielen Dank.